Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe meinen Hof umgebaut und ich werde euch heute ein quasi Hofpferde mit einer Box-Video zeigen. Also ihr seht ja hier schon, die Pferde sind schon eingeordnet. Ich werde aber sowas machen, dass ich zum Beispiel jetzt mit dem Stall anfange, sage, welche Pferde da drin sind und zeige, wo das steht. Ja? Verstanden? Okay Leute, dann fange ich mit diesem Stall auch an. Hier steht dieser Stall, jetzt hier so. Hier stehen Black Angel mit Duplo, Sunrose, Kalifornien mit Fienchen, Olympia. Da steht mein Totilas, da steht Sugar und Robynes. Hier nebendran ist die Hengstkoppel. Hier stehen Hortbreaker, Fantastico, Dancer, Aragon, Kairan, Spirit und Dancer. Hier daneben, das finde ich ziemlich cool, steht dieser Stall. Hier stehen Beanie und Colorado, Mystery mit Lotte und Kobold, Lina mit Tarek und Princess und Queen mit Niki und natürlich da auch Robina mit Capri. Hier ist so ne Ecke mit diesem Ding. So, mit dieser Futterkammer. Hier hat er das Café mit so einer Reihe. Hier stehen Joyce und Beer in der Playmobil, dem Playmobil-Schloss. Summer und Simba, hier in dem Stall. Hier Connor, den muss ich wahrscheinlich, stelle ich da eventuell noch raus, weil das ein bisschen zu niedrig für ihn ist. Hier steht jetzt immer ein Selbstgemachten-Stall. Hier stehen Sally und Shoki. Hier steht Scarlett mit Coco. Und Christmas mit President. Hier in dieser Box stehen Future mit Sunrise. Hier steht jetzt die Führerlage mitten auf dem Hof. Da steht dieser Stall, also dieser Hochstall eben. Hier in der Nebenbox steht jetzt Bahama. Und hier stehen wie immer Star und Gravity. Dann mache ich jetzt erst das hier. Hier steht mein Viererstall. Da stehen Topsy, Lucky Angel, Mondlicht und Starlight drin. Hier neben ist die Schweine-Ecke. Hier stehen diese drei Boxen. Hier stehen Moonlight. Cleopatra steht da eigentlich noch. Und Tinkerbell, das sieht man sehr schlecht. Da ist auch noch ein Stall, das sieht man auch sehr schlecht. Das ist so eine Notebox, da stehen keine Fährte drin. Hier steht Krynthus, Nemo, Amigo, Bright Beauty, Monty, Champion, Storm, Payen. Und hier stehen, sind diese beiden Boxen nebeneinander. Hier stehen die beiden Araberbrüder. Herkules und Aladin drin. Da steht Cappuccino. Hier steht, in diesem Stall, stehen Pharaoke und King. Ich finde, Pharaoke passt in diese beiden Städte total gut rein. Deshalb stelle ich die noch mal rein. Jetzt kommen wir zur Pony-Ecke. Hier ist halt die Pony, der Pony-Bereich. Hier fangen wir an mit der Hengst-Liverlach-Koppel. Hier stehen die beiden Shetty-Brüder, Paulchen und Krümel. Da steht Zimtstern, Cookie, Brownie, Johnny und Rambo. Hier ist die Stuten mit Fohlen oder ohne Fohlen-Koppel. Da stehen Pinky Bell, Nougat. Ich zeichne sie auch als Pony. Lucy, Snow mit Flower, Karamella mit Greta, Mille mit Snoopy. Und hier stehen dann noch die Shetty, Paula und Pünktchen, Patty und Felix, Annabelle, Molly und Schokolade. Und da hinten noch Nike. Hier ist das Haus mit der Hundeecke. Der Frühstück-Fisch, die Hühnern, die Esel, die Hunde. Da ist so eine Sitzecke. Da sind die Kaninchen. Da ist dieser Stall vom Haus. Hier habe ich Toffee und Tabasco. Hier ist die Stuten mit Fohlen-Koppel. Hier sitzen die halt. Und da ist übrigens an dem Stall noch so eine lange Menschenreihe. Hier steht Mona mit Cindy, Valeska mit Button, Peen-Glanz mit Tobi, Kyra mit Joker, Sky mit Skylar, Princess mit Raven, Roxy mit Rusty, Flicker mit Pumpkin, Sunny mit Milky Way, Eskada mit Maya und da hinten noch Flecker mit Feuerherz. Da ist auch der Stall noch. Und da hinter dem Stall ist auch noch der Stall. Das sind so Notboxen, falls ich mal keine Stelle mehr habe. Da ist noch der Parkplatz und die große Pferdeshow. Ich zeige euch nochmal so einen Überblick von meinem Hof. Und was ich auch noch machen wollte, ich grüße heute jemanden. Das mache ich das erste Mal, der auch meine Videos gerne schaut. Ich mache das immer so, der meine Videos gerne schaut und ihn vielleicht auch eventuell kenne. Das wird aber wahrscheinlich auch mein erster Gruß. Nämlich an Lenya. Lenya ist meine Schulfreundin. Ja. Und sie grüßt sich jetzt ganz herzlich, weil sie meine Videos auch guckt und mich auch abonniert hat. Ja, da freue ich mich sehr drüber. Liebe Grüße gehen für dich raus, Lenya. Ich mache die Schulfreundin, dass ich immer ihn teile. So. Ja, der Stuhl kommt da auch noch weg. Und bei der Futterkammer, Leute, kommt... Hier ist übrigens der Springplatz und der Restrundplatz irgendwo. Hier kommt wahrscheinlich das Futter einfach hier irgendwo rein. Und das kommt wahrscheinlich da irgendwo rein. Und das kommt dann irgendwo beiseite. Hier, das räume ich gleich auch noch ein, diese Putzkisten machen und so. Ja. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Das kommt wahrscheinlich in unserem Video. Tschüss. 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 Vielen Dank.